Hi zusammen, hier ist Daradip vom JokeTV. Wir sind heute an der Langstraße in Zürich. Unser nächster Gast war mal ein Stripper. Er ist mittlerweile ein berühmter Pornostar. Er hat auch seine eigene Produktionsfirma. Er ist mit der Little Caprice zusammen. Hier für euch Marcello Bravo mit der Frage Warum? Hallo, ich bin Little Caprice, hier ist Marcello Bravo. Ich habe einen Joke für ihn. Er hat einen Joke für euch. Warum tragen Türken Jogginghosen? Warum? Damit die Esel den Eisverschluss nicht spüren. Dankeschön.